Nanno, was haben wir denn da? Da ist der Anime-Skin drin. R-Rena. R-Rena? R-Rena. Aha, geht das schon klar. Rentierräuber. Nadelkissengeule. Schnee... Schneebedeckt. Ja, sieht doch vielen Fuchs hier aus. Die kostet 1, 2... 8... Die Keuler und 500... 2, 4, 1, 7... Ja, geht auf jeden Fall klar. Ach, ausgepackt ist wieder drin. Ach, die sind auch wieder drin. Aber die kommen jetzt öfters rein irgendwie. Ultra-Klinge... Was ist das denn? Schattenrubie sich auch drückt da drin. Korbäuer. Der war lange nicht mehr drin, oder? Zuletzt verfügbar vor über einem Jahr. Ja, kommt hin. Wagemut. Zirnseidenwirbel... Wirbel... Pfff... Ich glaube... Pa... Also, ne... Grabe-Pas-Garde gar nicht. Pfff... Ist doch kein Wummer mehr. Zucker raus. Mein Idol... No-Way-Home-Paket noch drin. Kai... Und... Markus... Ausrüstungspaket... Äh... Candy-Rings-Spinn-Paket... Alle Jahre wieder... Auch nochmal... Auch nochmal... Ah ja... Was auch immer wieder kommt... Die Reihe verschwindet wahrscheinlich morgen... Dann... Geht das immer weiter runter, bis dann... Alles, was alt ist, reinkommt... Und die Dinger raus... Oder an... Oder es kann sein, dass an Weihnachten alles nochmal zurückkommt... Einfach so... Und dann... Verschwindet es dann halt bis... Was weiß ich... Bis zum sechsten dann wieder...